Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, wir haben eine größere Herausforderung und zwar müssen wir zwei Bisons töten, eine seltene Herausforderung für 70 EP. Ich befinde mich gerade hier und zwar ist das bei J9 in der Nähe vom Flurschrein der Teufel. Da seht ihr laufen mindestens zwei Bison im Hintergrund rum. Mehr habe ich jetzt hier auch gerade nicht gesehen, aber im Endeffekt reicht uns das ja für die Quest bzw. für die Herausforderung. Das heißt, wie ihr seht, ich habe schon mal einen getötet eben. Wir haben dann damit die Herausforderung abgeschlossen. Ja, wenn euch das Video weiterhelfen konnte, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine weiteren Videos zum Thema Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Ciao. スBderland David Aaron in. Vielen Dank.